Frenz die eine Lustkugel an einem anderen gefällt weil ich nicht mehr brauchst gar nicht vorstehen denn wenn er auch so glaube ich bekommen ich habe das ist weil es ist der lustball er glaubt du kannst du mir übergeben dass wir ihn müssen behalten können ein glaube ich nicht wenn er es geheilt die ganz an den Rand mit sicher nicht was ich bin noch nicht am Rand aber was schweiz auf scheiß auf Renz ist dafür ist er kein guter freundlich dass er das ist ein weiterentwickelt ja anstrengend für leistet gescheitert ja los nehmen uns auseinander glückwunner wird nur wieder schweizend ist nicht wissenschaftlich Kollaboration Kohl Kolo Kollaboratien ja Kollaboration von gelangt okay weiß schon dass es nicht so lange dauern dürfte ja weil es ist klar Ria Exorst dadurch wird gefurzt ja so in etwa Ria Exorst heißt also viel wie Hinterauspuff und wie wir durch Metal Arms wissen und Furzen Roboter dadurch ja was ich noch die Grunze die immer hinten gefurzt haben immer rumlaufen und naja wie du halt bei Brandy bei den Let's Play together verlinken wir in der Beschreibung und jetzt kommen wir bei dem achten Ding der Abonnenten ja wirklich ich bin ich will noch kurz was trinken Unremade und da halten sie doch mit einer netten Geschichte die vom hässlichen Blaubarsch wär schön okay es war einmal ein hässlicher Blaubarsch der war so hässlich dass alle Leute gestorben sind Ende ich denke durch diese gute Geschichte hat er mir genug Zeitverschaft zu trinken alle brauchen und so ein A wir brauchen irgendein so ein Laser Cube da ist Francis wieder du musst ihn irgendwie ich kann ihn da nicht rüberschmeißen aber ich scheiße ist das denn du musst es ausschalten irgendwie glaube ich warte man kann da reingehen äh was das ist geil ich kann das hier wieder loslassen man doch kann ich ey Jo Francis bleibt hier ähm was ist aus dem Schalter um den Scheiß okay und wieder um finden wir schon hier und dahinter gibt es geht auch noch ein Weg ich folge mal den Weg dahinter okay das sind gerade ich sterbe ich habe keine alte ich sehe nichts mehr mann eben bin ich hey cool in der Fall der kann nur mit Francis Land in die Reine und nur sind jetzt kommt mal ja gut also schnell ist und wenn ich nicht loslassen Prozent war doch jetzt gehen so und so und so wo es Wort neuer Friends ist alle kommen da oben dann holen und schmeißen sich das Portal durchwenden oder schreckt ihn hoch zu dem Portal ich nehme dann fange ihn dringend doch klar wohl natürlich nicht war auch noch fahrt ich musste mich auch drücken endlich ist die Tür auch endlich auf Francis WTF hey mein Fatal ist geblieben wo Schöner schon noch mein Ding mein Fatenkreuz ich habe immer noch so ein Fatal nein hast du nichts siehst du ja ich habe jetzt das selbe nochmal verschossen ja nur weil die andere Farbe das war nur ein Wartesland das war einfach nur gerade keiner Tja sogar Vorbereitungen hey da ist ein Ball geflogen was für uns ist weil er hat er was muss er ja nicht machen was weiß ich ich wissen von der Veranstaltung das ist wieder noch Alter ich lege hier gerade rum ich bin auch also knapp gedrückt es ist ein Knopf die Zeitknopf er ist das Licht drücken der Fahnen ja man wie bei Harry Potter Köln wer das ist also ich freue mich auf die Ziele nicht mehr ich glaube ich muss nicht mehr auch gar nicht wer da irgendwie über müssen ich glaube aber doch doch hey du kannst hier an der Decke aber da dann ein da muss man die Scheiße sammeln da wird Frenz runterfallen ich bin der Stichner wie jemand die Regierer die ganze Zeit Alter ich bin auf der falschen Seite der Schwerstil zu weit weg den kann ich ja nicht klatschen das Problem die Sorge auf die andere Seite über mann du musst hier ein Portal hinschießen das gefühl mit mann wo man runterspringen kann du findest du schon wenn du es nicht findest ich finde es auch ich habe gerade keine Ahnung wie man darüber kommen soll aber geht aber mal weiter das ist hier ein bisschen so vielleicht kann man alter ich dachte so geht es vielleicht was er hat 9 ich muss glaube ich von der Seite aber man ich glaube ich weiß muss dahinten er muss man aber auch die andere Seite geht es du musst einfach auf die andere Seite übergehen weil er ist damit er zurückfällt und runter mit sich hierunter fällt er fällt darunter aber irgendwie um okay es ist noch nicht so leicht in woher wie ich war es der muss einfach hier irgendwie dein Porta das ist er bescheuert der Fax ist das Schiff Prozent wenn ich mal um und schießt mal das Portal nein er wird sich immer in die gleiche Richtung bewegen stellen wir uns einfach nur geradezu doof an oder Alter ähm keine Ahnung nein warte ich weiß es ich weiß es sag mir wenn er abgeprallt jetzt ist er Francis BAM da ist er BAM 3 der Prozent des Treibes der Luftkugel und du hast schon mit der Spaß mit ihr der wahrscheinlich denn ich sehe auch irgendwie so aus wie sehr weit das machst für ihn ist der Beste aufräumt wir haben alles genau ich die Kurzen für einstensiko Ars mag ich jetzt nicht mehr Formel Alexandise es dort mit seinem zu tun und kann das erklären Eureaur aber hat er da mal Schau so, schau so, ähm, ähm, ich kann's erklären, es ist nicht, wie es aussieht, ähm, ich weiß schon, Eierköpfe wie ich sind die einfach nicht mehr genug, haha, ja, gut, äh, oh hey, wir haben, wir haben schon wieder so, äh, wir haben so einen Doppelschalter, wir müssen es gleichzeitig umlegen, also, eins, zwei, jetzt, so, wir zählen sehr geil, wir zählen nur eins, zwei, jetzt, wir haben einfach eine geile Synchronisation in der Hinsicht, ja, ja, das ist halt, äh, unsere Gehirne funktionieren gleich, bis auf, dass sich Porten weiter kann, ja, wenn man so lange miteinander zockt, dann passiert das irgendwann mal, warte, wow, wenn es eine Leiter wäre, wäre es ziemlich geil, aber es ist leider kein, irgendwas hat es hier mit zu tun und, äh, mit diesen anderen Dingen, ah, ja, klar, äh, warte, kann man da oben auch was hinschießen, hey, hier hinten kann man was hinschießen, doppelt, ah, warte, hier kann man auch was hinschießen, nein, da oben, ey, ich hab ne Idee, ich weiß, wie es geht, komm her, ich mein, ich weiß nicht, wie es geht, aber es macht bestimmt Spaß, schießt da ein Portal, schießt da ein, schießt da ein, bei wo, äh, bei eins und bei zwei, also hier, dort bei eins noch eins, äh, und dann musst du dein rotes, da hinten, jo, da auf dem Bund, und dann musst du irgendwo hier dein rotes oder so anbringen, dass es uns irgendwo hin katapultiert, ah, dahin, danach, wenn, ja, vermute ich, bereit, okay, mach mal weg, das, mach mal dein rotes da hin, aber warte, lass erst noch dein rotes da, mach erst noch dein rotes wieder dahin, und erst wenn ich zweimal rauf und runter geflogen bin oder so, du entscheidest halt dann, wenn ich ganz oben bin, einmal machst du dann einmal dein Portal dahin, okay, das ist ja der rot, ne, da, der der rot, ne? ich glaub ich, das, man fliegt immer gleich hoch ich kann mir ja rotes sind und hinsetzen nicht jetzt, ja, da musst du zielen jetzt nein, das ist ja jetzt kein Unsinn, jetzt ist das Gute wo, MOTHERFUCKER Alter, das hat echt geklappt, Alter. Jo, hat es. Ich mach dir da oben das Ding hier, naja. Du machst einfach hinter dir seine Wand und hier ist mir ein seine Wand, dann komme ich zu dir. Ja, so funktioniert es aber nicht, weil wir müssen da oben hin. Ah, nein, ich weiß, wie es geht, wir haben es gelaget, Mann. Wir haben es verkackt, ich weiß, wie es geht. Ja, toll, hätten wir auch einfach gegeneinander klatschen, Mann. Wir müssen gegeneinander klatschen in der Luft, sonst hält es uns nicht an. Fliegen wir zu weit. Das heißt, wir sind mal so schwul wie selten. Ja, es funktioniert.